Musik Steigei, ich mach dir ein Angebot, dass du nicht abschlagen kannst. Hm, da bin ich immer gespannt. Ich öffne dir ein drittes Auge wieder. Wie schön. Unser Wunsch ist, dass unseren jungen Zuschauern deutlich wird, was bedeutet Krieg. Ja! Sie wissen sicher, warum wir hier sind. Mein Name ist Billy Kuckuck, ich bin Gerichtsvollzieherin. Kuckuck? Ist das Ihr Ernst? Wir können uns da verlassen, dass hier etwas dahinter steckt. Und wenn es nicht die Lok ist, zeigen Sie mir, was es dann sein soll. Dann kann es nur noch der Nibelungenschatz sein. Wie soll Selbstbestimmung im digitalisierten Zeitalter überhaupt noch funktionieren? Die Leute glauben nicht, was sie sehen. Sie sehen, was sie glauben. Die Leute glauben nicht, was sie sehen, was sie sehen.